Das? Machen wir das erst mal. So, unter den Blani. Ähm. Okay. Na, ich finde den Eisstrahl tausendmal besser. Los, können wir heißen. Ja? Ja. Okay. Titan Roboter Fabrik. Verschwende deine Munition doch nicht. Nachher sagst du, ich habe keine Munition. Und dann ist es meiner schuld. Ja, ne. Von dem hat man immer mehr als von der Sniper. Aber außerdem gibt es die Munition. Oh, ne Kiste. Oh, Scafs, alter. Ach, weißt du was? Bist du ready? Oder willst du gucken, ob man noch was einkaufen kann? Äh, verringert die Gesundheit. Ne, scheiße. Ne. Man braucht unbedingt die Gesundheit. Wenn das verringert, scheiße. Ja. Hier ist eine Granate. Vielleicht kannst du die ja gebrauchen. Oh, ne. Das ist eine ganz normale. Ja. Ich nehme immer, ich nehme immer Implosionsgranaten. Ja, ja. Die sind tausendmal besser. Ja, ja. Ich schmeiße da einmal eine Gruppe rein. Die zieht alles ran und dann. Ach, du warst schon in der Kiste dran. Lächerlich. Brauch ich gar nicht dran. Lächerlich? Also Müll. Bin ich wieder eingesammelt, aber wie immer. Brauche ich nicht. Also Müll sammle ich nicht mehr ein. Ach, Kohle. Na, Kohle gibt es jetzt. Das Gute ist, mit Claptrap kannst du diese Tresore, die du eigentlich öffnen musstest, mit irgendwelchen Schlüsseln, kann dich aufschlagen, einfach so. Okay. Bisschen. Ja, komm her. Was kommt raus? Ah. Dankeschön, Flash. Arschloch. Hast du dich. Ich hasse mich gerade selber. Aha. Na, komm her. Musst du noch in der Situation daraus. Autsch. Ich kann doch mal ganz schnell den Munstein einsammeln, ne? Wow. Oh, Overlow. Alter Schwede. That is Overlow. Ich aktiviere einfach, ist egal. Alter, die brauchen gerade Schaden da oben. Hm. Ah, der gibt's mehr Schaden. Danke, dass du sie immer so wegschießen musst, wenn ich keine Opti-Boiler habe. Ne, bei Eis gibt's mehr Schaden, wenn ich springe. Oh, heil doch. Ah, hier. Wirklich. Mach ich nicht. Was machst du? Ich versuche, ja, ab. Deswegen habe ich eben nicht mehr geschossen. Nice. Was ist das für Müll? Ist das alles nüschraubt? Vor allem Handfeuerwaffen nutze ich nicht. Ja, dann nehme ich sie mit und verkauße. Boah, wie gefiel dieser, das Design. Mach mal. Guck mal hier, du kannst sogar verkaufen. Guck mal. Was ist das? Kann ich mal in Metall wieder lernen. Ja, nur Schrott gerade. Hm. Ach so, ne Dark-Kiste, weißt du, so ne fette große. Oh, ne, auch blöd. Jetzt Schock und die hat 83 mal 3. Die hat 36 nur, okay. Dann behalte ich die andere mal. die ich das noch bekommen hab. Wird schon was. Was soll ich sag? Äh, okay. Äh. Ja, hier. Okay. Na, meine Freunde? Ihr habt ja ne Granate. Have fun. Haha, nächstes Level. WTF? Meinung wurde natürlich auch mit angezogen, ne? Waffenschaden. Äh. Granatenschaden. Direkt nächstes Level. Aber immer badass, ey. Hier, free ein. Und. Jump. Und. Jump. Jump. Vanananana. Vanananana. Na 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 na. Sorry. Jetzt steht das Wasser unter Strom. Aber der Laden hat sagt. Sorry, jetzt steht das Wasser unter Strom. Ja, ich bin da kurz reingelaufen. Geht. Oh, Mondsteine. Hey. Hast du grad alles weggelootet? War nur ein... Granaten, oder? Ach so. Ein großer... Ah, Granate! Hehe. Ähm, mal was gucken. Wer singert das? Wer singert das? Mal drei vor allem. Ihr faggert's. Ihr nervt. Tschüss. Hahaha. Schippern hier erstmal weg. Ist klar. Man, erstmal ist kalt. Äh. Kommen wir jetzt hier rein? Hm, hm. Hallo. Hallo. Oh, Mondstein. Mondstein, sicher. Rufe, Sicherheitsbots vorbei. Och, nee. Ernsthaft? Hm? Sicherheitsbots. Okay. Jetzt schon wieder Raketenwerfer. Okay. Ein Flammenraketenwerfer ist das. Ich glaube, wir brauchen gleich Raketenwerfer, wenn ein Sammelaugenteiler einsteht, schon ist, äh, ich glaube, gleich Feuern gesagt. Ja. Dann nehme ich Raketenwerfer, Eis und Blitz. Okay. Ich glaube, wir brauchen den ersten herbeirufen. Und steigen noch was. So, die unten lang kann. Tür auf. Sicherheitsbots, ich habe schon Angst. Hier waren wir doch schon. Ja, aber hier sollen wir sie aufrufen. Okay. Äh, wo denn? Ach, da oben. Ja, hier in der Mitte kommen die dann. Ja. Geht, der erste kommt. Ja, ich bin hochgesprungen mit Schnell. Hi, Jungs. Wohne. Geh mal ein bisschen. Ach, die sind ja voll Lash eigentlich. Ja. Das wird bestimmt noch stärker sein. Typisch mal. Du bist da hinten. Oh, Scaffards. Hier oben. Ja, alles klar. Ich stehe hier oben und was braucht ihr auf den Sicherheitsbots? Warum habe ich schon wieder Badass bei mir? Alter Schwede. Alles gut bei dir? Nee. Ich sterbe. Ich muss gerade die ganzen Feinden einfrieren. Dankeschön. Level up. Ich habe den irgendwie eben erlebt. In dem Moment, wo du gerade runtergesprungen bist. Ich teile mal ganz kurz den Punkt. Oh, Raketenwerfer. Ich will den Raketenwerfer nicht. Den würde ich mir nur aufsparen. Wo ist denn das letzte Auge? Ach, da. Kann ich aber nicht machen. Ok. Okulus Labor? Okulus Swift oder was? Hm. Ja. Wieder nach oben. Ja. Das ist da, wo wir eben schon drin waren. Ja, genau. Hallo. Und gleich ist der gegen uns. Ja, klar. Das kennt man doch schon. Passiert doch noch irgendwas. Ich stelle mich schon mal bereit hier hin. Ok. WTF? Das Ding geht doch gleich voll auseinander. Ich habe trotzdem ein gutes Gefühl. Ich gehe weg da, Flash. Ich würde in Deckung gehen.